So, da sind wir wieder bei der nächsten Folge, ja, wir haben gerade eben, beziehungsweise letzte Folge haben wir eine Ramme kreiert, ja, und das heißt, wir werden diese Folge nochmal gleich mit einem Tipp starten, da habe ich gerade keinen Bock, irgendwas, äh, irgendwas zu machen, Ruinen, ja, wie schaffe ich das denn, lass mich überlegen, eine Ramme mit einer Stadt oder einem Dorf, nee, mit einem Haus, nee, Hütte, Statue, naja, ich bin mal eben kurz weg, jo, Ruine, wie mache ich das, in Kaputa, Steinkreis, nee, mit der Ramme kann ich nichts, mach ich das nicht, ein Zauberer, bam, Zauberturm, scheiße, das ist auch doch klar, Zauberer, Hütte, Zauberer, Statue, Zauberer, Steinkreis, Zauberer, Dorf, nee, kann nicht, kann nicht sein, aber es muss irgendwas sein, wo irgendwer irgendwas kaputt macht, der Blitz in ein Haus einschlägt, zum Beispiel, oder der Blitz in eine Hütte einschlägt, vielleicht schlägt er auch einfach nur irgendwo anders ein, na gut, ich hole mir mal hier, benutze ich den mal, vielleicht ein Blitz mit dem Rind, hallo, Blitz und Rind und Acker, hallo, die haben eben nicht reagiert, einfach Blitz und Vieh, das Asche, ja, das könnte ja sein, aber Blitz, Vieh und Vieh und Blitz, hm, wo war Blitz, noch Blitz und, ich bin zu blöd, ich glaube da, ein Blitz schlägt im Vogel ein, und das, wenn das jetzt im Vöhnlichen doch ein Vogel, ja, so, das ist jetzt, das, und dann brauche ich noch einmal ein Blitz, weil ich denke, vielleicht lässt sich damit noch ein bisschen mehr, Blitz im Wald ist Feuer, endlich, aber nur im Wald, nicht mit normalen Brennholz, aber ich finde das schon, ich bin schon unter a la Kanone, ne, blitz in den Himmel, Donner, perfekt, jetzt habe ich endlich fucking Feuer und Feuer mit irgendwelchen komischen Bauholzmaterialien, der gibt natürlich immer schon Asche, hm, das war ja lukrativ, die B, ja gut, die Bären, Feuer und, oh, Feuer und Mensch, das kommt nicht gut, das kann gar nicht, ja gut, Asche und Knochen, da kommt Knochen raus, ähm, Feuer und Feuer, ich weiß ja nicht, ob das, ah, vielleicht könnte ich, bestimmt kann ich das, ein Vogel mit Feuer ist dann bestimmt ein, äh, Phönix, ja, gut, dann kommt so ein Phönix raus, und nicht mit Magie, aber gut, nicht aus jeder Asche fliegt ein Phönix auf, ja, das ist schon richtig, aber der Phönix, mit dem kann man zur Zeit nichts machen, soll man aber später noch machen können, naja, Feuer, Feuer und Wasser kommt aber nicht gut, Feuer und Floß, Feuer und der Fisch, ach, ich dachte, jetzt würde so gebratener Fisch rauskommen, schade, was, Feuersturm, okay, ich war, glaub ich, nur in der einen Gruppe, ne, in der Feuergruppe, Feuer und Magie oder so, war das, genau, Feuer und fliegende Insel, Feuerlawine, ah, das ist schon cool, Feuersturm, wenn ein Feuersturm, kann man was machen, bestimmt verbrennt der ganze Häuser, ganze Hütten und ganze Statuen und Steinkreise, warum soll man mit dem Feuersturm noch was machen können, was soll der hier mehr austrocknen oder was, Fische, Kokeln, Menschen, Asche und Knochen, okay, das war ja vorher zu sehen, okay, das war auch vorher zu sehen, Feuersturm Vogel, Feuersturm Rind, Feuersturm Rind, Feuersturm Acker, Feuersturm Tier, Feuersturm, Ach, ja, gut, sowas darf man nicht machen, Feuersturm Leben, Feuersturm Magie ist doch alles schon Magie, man kann auch mit Donner was machen, doch ja, was ist, wenn ich Donner und Plötz zusammenpacken, ne, nichts, wo soll ich denn hier irgendetwas wissen, ich zeige mir nochmal, End, was wir raten, Leben und Wald, pff, ich finde das ja bescheuert, ich finde einfach zu blöd für so ein Spiel, Leben und Wald ist End, ne, Elfen, Leben und Bauholz, oh, hä, wie kann ich denn dann ein, 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 kann ich das eben End beschwören, aus dem Wald kommt das Leben, okay, vielleicht ein magischer Wald, das könnte auch sein, da kommt aber nur ein Droide raus, vielleicht geht ein Droide in den Wald, wo ist denn der Droide, der ist glaube ich hier, vielleicht geht ja ein Droide in den Wald und sammelt Bären, oder so, aber das ist krass ich ein End also ein Ende würde ich aus Bäumen und Wald Wald und Leben ergibt für mich ein End wenn ich das richtig sehe ich bin gerade weit weg vom Mikro ich habe gerade keine Lust ran zu gehen ähm ein Vulkan real Feuer im Himmel Feuer auf der Ebene Feuer auf dem Acker ich will irgendwie das Acker zum Leben erwecken will dass da irgendwas sprießt irgendwelche Samen oder so vielleicht kann ja der Bauer zusammen mit den Bauern und dann ey wie soll ich der Bauer ja gut das macht er zum Acker ja und jetzt habe ich Acker und mit Acker muss ich irgendwas machen können ok Ackerhaus Ackerhütte ergibt Stadt kein Bock Ackersteinkreis Ackerbauer Ackermenschen es muss doch irgendwas irgendwas muss doch damit möglich sein ja gut das habe ich schon Acker und ich glaube ich war hier gerade Acker und Ebene Acker und Vogelei und Wacker und Acker und Gebirge und Hacker und ähm ne Golam wird es nicht sein wenn man die will dass es ein End ist in einem Endstadium mit dem kann ich auch alles ich mache nur mit dem Zauberer auf dem Acker hallo mach doch danke Leben auf dem Acker kommt wieder nur so ein Scheiß raus oder auch gar nichts Magie auf dem Acker Erdbeben so ich bin gerade sehr weit weg vom Mikro Feuer auf dem Acker hatte ich glaube ich sogar schon fliegende Insel und Acker Druiden Acker Einhorn Acker Elfen Acker Asche Acker Bauholz Acker Bieren Acker Stein Acker äh Fisch Acker die bauen da Fisch an ja es kann ja nicht mehr viel sein Gespenst Acker Troll Acker hallo Troll Acker meine Güte das reagiert manchmal gar nicht das komische Spiel das muss jetzt ja mit einem Blitz oben auf dem Acker sein oder Feuersturm auf dem Acker aber es ist doch möglich irgendwas mit dem oder ich habe irgendwas vergessen Haus Hütte ergibt ein Dorf ähm hä so jetzt mache ich nochmal Haus durch ja das habe ich schon Statue Haus Steinkreis Haus Bauerhaus Menschen Haus haben wir ja auch nicht mehr so ein Mist Rinderhaus ein Tierhaus Ebenenhaus Vogelhaus aber für mich ist das alles sinnvoll Vogelhaus und so ein Gebirgshaus ein Himmelshaus nicht äh ein Zwergenhaus hier haben wir auch Häuser Zauberhaus mache ich jetzt nicht weiter kommt nur wieder der Magier-Turm raus da will ich gar nicht Leben im Haus Donner im Haus Magie im Haus Erdbeben Feuerhaus eine Schmiede ja jetzt kann er Stein schmieden fett mit Schmieden kann ich aber nix machen aber mit Haus noch wo war ich denn stehen geblieben fliegende Inselhaus Zwergenhaus Fischhaus Fischhaus jetzt macht das mal Meerhaus ja Aschehaus Gestatter Bauholz und Stein und Haus ergibt auch wieder nichts und das hatte ich eben schon und Elfen und Einhorn und Druidenhaus eine Waldhütte Einhornhaus das weiß ich nicht Elfenhaus eine Elfenstadt Bauholz hey das hatte ich doch gerade schon Schmieden geht nicht geht auch nicht Gespensterhaus Gespensterhaus wäre doch ein Geisterschloss eigentlich hätte ich jetzt so gesagt Blitz ins Haus Feuersturm im Haus Winterhaus Ackerhaus Tierhaus kann es sein dass das Spiel mich verarschen will ich meine mit Haus kann ich auch wieder nichts machen es sei denn jetzt kommt hier irgendeine Waldhütte oder so gleich noch die ich nicht kenne hä also das Spiel verarscht mich aber schon komm hol ich mir einen Tipp so gucken wir mal noch ach so eine Minute habe ich noch eine Höhle kein Bock kein Bock ja Haus Druide Einhornhaus Elfenhaus Hütte Druide Hütte Einhorn Hütte Elfen Statue fürs Druide Statue fürs Einhorn Elfenstatue Steinkreis Druide End Genauso macht man ein End bestimmt als ob man so ein End macht Finde ich jetzt aber schon lächerlich sowas erst in neun Minuten wieder Schade Guck machen wir eine automatische Reaktion aus Feuer und Leben ein Feuer Elementarwesen klar hätte ich jetzt natürlich auch wie wie was wäre wenn ich eine Rune erschaffe ja ähm wo ist der Druide Druide und Stein Steinkreis bestimmt Zauber Stein Rune Bäm konnte mir gar nichts mehr ja bis zur nächsten Folge Tschö Zauber noch als